Moin ihr Lieben! So, ihr seht schon wieder, blauer Himmel, eigentlich bestes Golfwetter und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mal raus und spiele eine Runde Golf. Die Fahne ist aufgebaut, das Green ist bestellt, das Loch ist schön frei gemacht, es kann also losgehen. Ich würde gerne Skifahren, aber das ist ja leider aufgrund von Corona nicht möglich, also machen wir einen anderen Outdoorsport. Euch erstmal viel Spaß und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao! So, eben habe ich ja nicht so gut getroffen, aber ich glaube, das lag am schlechten Schuhwerk. Ich habe mich mal umgezogen und versuche mal aufs Neue. Irgendwann muss der Ball doch da reingehen. Immerhin, die Richtung stimmt. So, einen probiere ich noch. Eh!